Ich weiß nicht genau, aber das ist die neue Welt, der Himmel ist blau. Und ja, das ist so schön. Wie seid ihr immer noch hier? Ja, wir wollten kurz noch zu ändern, aber ist das okay? Ja, ich habe jetzt zugemacht und wir müssen uns hier kurz, also falls ihr geht, müsst ihr es dicht ausmachen. Ich gehe aber kurz weg von der Lieferung ab. Ja, okay. Okay, danke schön. Okay, tschüss. Das ist ja gar keiner mehr, ne? Nee, aber wir sind ja auch fertig. Ja, geil, dann müssen wir uns wieder mal schminken. Den David, ne? Ja, der kommt ja noch. Ach ja, stimmt nicht, also spät noch? Ja, der hat keinen Zufel oder so kommt. Vergehe es nicht, du wolltest lieber noch einen Videobeschreibung. Vielleicht auch können wir es mehr. So, ich bin ja auch schnell, also können wir ja auch gehen. So. Mein Lieber, wir müssen hier gerade noch an unserem Konzept ein bisschen arbeiten, aber das ist alles. Anna? Was ist los? Ich glaube, da war das eben. Oh, hör auf mich zu verarschen. Nein, ich meine es ernst. Als ob. Guck. Nein, okay. Da ist eine Pflanze. Okay, okay, ich nehme alles zurück. Mist, die ist jetzt schon voll spät, ne? Ja, meinst du wegen Darm abholen? Ja, ich muss jetzt mal schnell zum Bahnhof. Ja, ich kenne auch, da ist schon wie zu dunkel raus. Ja, ich kenne auch schon mal alles zusammen. Ich glaube, mein Mutter ist dann auch vom Auto ab, äh, vom Bahnhof. Oh, jetzt ruf wieder irgendein Dulli unter anonym an. Wer macht den Aufmer aus? Oh, mein Gott. Hallo? Anna? Was ist das? Lass mal bitte schnell gehen. Okay. Ja, warte, wir packen jetzt unsere Sachen. Kommst du? Oh, es ist schon wieder so spät. Wir müssen jetzt auch holen. Oh Gott, deswegen klingt mich auch nicht gut genug. So, noch hier ist ja die Tür. Okay, hier rausnehmen wir nicht. Anna? Ja, was ist denn? Die geht nicht auf. Jetzt hat sie doch gesagt, wir sollen abschließen. Ja, dann nehmen wir einfach die andere Tür. Ja, da hinten, ne? Ja, genau. Ja, das ist schon wieder raus. Ja, das ist auch so. Hallo? 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 Was soll ich denn jetzt machen? Ist doch nicht mehr normal hier. Wie komme ich hier jetzt raus? Ja, das ist schon wieder raus. Ja, das ist schon wieder raus. Ja, das ist schon wieder raus. Vielen Dank.